Wenn der Postmann zweimal klingelt, dann hat man ihn beim ersten Mal wohl überhört. Ja, das kennt einfach jeder. Manchmal überhört man einfach ein Klingeln. Als Folge davon kann man dann das eilige Paket erst nach dem Wochenende von der Post abholen oder die beste Freundin ist womöglich tödlich beleidigt. Und sowas geht schnell, denn mal ist der Staubsauger aktiv oder der Mixer läuft. Vielleicht läuft ja auch gerade die Dunstabzugshaube. Und wer soll da schon die Klingel hören? Die ist schließlich fest im Flur verbaut. Also normalerweise. Unsere geniale Funktürklingel aber nicht. Denn bei diesem Set können Sie die Empfänger nämlich überall hin mitnehmen. In jedes Zimmer und jedes Stockwerk, ja sogar auf Balkon und Terrasse. Sie haben richtig gehört. Plural. Sie bekommen nämlich nicht einen, sondern gleich zwei Funkempfänger. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel auf jeder Etage einen Empfänger betreiben. Oder Sie lassen einen stationär im Flur und nehmen den anderen mit in Küche, Keller, Hobbyraum oder raus auf Balkon und Terrasse. Damit verpassen Sie nie wieder einen Besucher. Und das jetzt zum sensationell günstigen TV-Sonderpreis von nur 25,56 Euro. 58 Klingeltöne sowie vier Lautstärkestufen stehen zur Wahl. Sie können aber auch eine rein optische Benachrichtigung wählen. Entweder als Blinklicht oder als Dauerlicht. Dieser Modus ist dann ideal, wenn etwa gerade Kleinkinder ein Schläfchen machen oder sie mit der Kreissäge werkeln. Einfach die beiden Empfänger in die Steckdose packen und den Taster außen festkleben. Fertig! Da braucht man weder ein Kabel noch Batterien. Denn der Taster funktioniert kinetisch. Der Tastendruck reicht also aus, um die Energie für das Funksignal zu erzeugen. Die Reichweite beträgt enorme 150 Meter. Das clevere Settel kann auch die alte Klingel ersetzen, wenn die defekt ist. Viel einfacher, als neue Leitungen zu verlegen. Oder vielleicht wollten Sie ja schon immer mal eine Klingel am Gartenhäuschen oder am Wohnwagen. Vielleicht eine separate Klingel für die Kids oder die Einlieger wohnen. Alles kein Problem. Sie können dieses geniale Set sogar als Notruf verwenden. Etwa wenn jemand in der Familie gerade das Bett hüten muss. Einfach den Taster ans Bett liegen. Dann muss der Patient nicht durchs ganze Haus schreien, wenn ihm was fehlt. Holen Sie sich jetzt dieses super praktische Set zum TV-Sonderpreis von günstigen 25,56 Euro. Bestellnummer ist die PX3395 und die 569. Bestellen Sie jetzt, denn dieses Angebot gilt lediglich zwei Stunden und kommt so schnell nicht wieder.